The Voice of Germany Mit ihrer Version von Let It berührt Lara Samira die Coaches und das Publikum zu tränen und soll sogar eine Zugabe spielen. The Voice of Germany ist am Donnerstagabend in die siebte Staffel gestartet und gleich zu Beginn sorgten Top-Talente für grandiose Show-Momente. Doch zu tränen rührte Jonny Ketterfeld nur die 16-jährige Lara Samira. In ihr Team wollte die aber trotzdem nicht. Mark Forster, Samu Haber, Föne Ketterfeld, Sovismude und Michi bekämpften in der ersten Folge der siebten Staffel um die besten Talente für ihre jeweiligen Teams. Und neben jeder Menge Nackereien zwischen den Coaches durfte auch ein echter Gänsehaut-Moment in der Show nicht fehlen. Und für den sorgte Schülerin Lara Samira. Mit ihrer Ukulele traß die Berlinerin auf die Bühne und sang Let It Be von den Beatles. Die Liebe zu der Band hat sie von ihrem Papa, wie Lara vor ihrem Auftritt im Interview verrät. Ich hoffe, dass sich irgendwer umdreht. Sagt sie noch. Sekunden später musste sich das Gesangstalent darum keine Sorgen mehr machen. Schon mit dem ersten Ton zog Lara alle Coaches in ihren Bann. Lara Samira konnte mit ihrem Auftritt vollends überzeugen. Quelle, Sat.1-Pro7-Richard Hübner Nach ihrem Auftritt und einer Zugabe überschlugen sie sich mit Lob für die Sängerin. Dein Gesang ist unglaublich perfekt und gefühlvoll. Ich habe dreieinhalb Staffeln hier gesessen und nie sowas Schönes gehört, sagte Samu Haber. Von der Ketterfeld konnte derweil die Tränen nicht zurückhalten. Es war das erste Mal, dass ich hier zu Tränen gerührt bin. Ich bin sehr froh, dass du hier bist und du kannst ganz weit kommen, erklärte die Sängerin. Es war wie ein Engel, ich fand das wirklich großartig, pflichtete ihr Mark Forst dabei. Die Sängerin lässt ihren Emotionen freien Lauf. Quelle, Sat.1-Pro7- Von so viel Zuspruch war die Schülerin völlig überwältigt. Zuerst habe ich gar nicht realisiert, dass Fanny geweint hat. Erst danach hat man es mir hinter der Bühne erzählt. Da war ich baff. Diesen Moment werde ich sicher mein Leben lang nicht mehr vergessen, sagte Lara überrascht. Doch in das Team der Sängerin wollte sie trotzdem nicht. Als Samu Haber Lara fragte, was er tun müsse, damit sie zu ihm komme, antwortete die ganz schlagfertig, gar nichts, ich wollte doch sowieso in dein Team. Bei den anderen Coaches folgten lange Gesichter, doch Lara hatte ihre Wahl getroffen. Offenbar weiß sie trotz ihrer erst 16 Jahre schon sehr genau was sie will. Für die Showbranche nicht die schlechteste Eigenschaft. Offenbar weiß sie nicht mehr. Aufenbar weiß sie nicht mehr. ig